So, hallo zu einer neuen Let's Play Aufnahme von GTA 5 Story. Ich muss jetzt mich erstmal kurz orientieren. Was ich da zu machen habe, da kann ich zu lästern, das war's. Ich kann mein Auto bimpen, das geht natürlich nicht. Denn, komischerweise hat Michael zu wenig Geld. Schau mal, was Franklin hat, ob der... Weil da hab ich mal so ein Fragezeichen. Das verschwindet immer von der Karte, komischerweise. Ist aber für Franklin. Jetzt möchte ich mal gucken, ob das da ist. Ob ich da Aufgaben habe. Na, mach schon. Oh, hallo? Das ist nicht fair. Aber Tee, Baby, ich versuche nur zu sagen, dass ich dich interessiere. Du interessierst dich selbst. Ich brauche jemanden in meinem Leben. Wir haben Jahre auf diese Scheiße und du bist immer noch der gleiche. Ich brauche eine Familie. Ich brauche ein bisschen Sicherheit in meinem Leben. Das war wohl die... Na, wie heißt sie denn? Diese Tanisha, oder wie die heißt? So, ist das Fragezeichen wieder nicht da? Ach, doch, Scheiße. Der hat eine Quest bei Michael. Na, dann gehen wir doch, fahren wir doch mal mit ihm jetzt zu Michael, dann... Können wir uns nicht da treffen, vielleicht kommt das Fragezeichen dann. Okay, ich muss mal wieder ausscheiden. Also, besuchen wir Michael. Ich muss mal die Schießkünste verbessern, ja. Habe ich mal die Abbezweifung verpasst. Oh, mit dem Motorrad komme ich ein bisschen besser klar als mit dem Auto. Ich habe schon ein bisschen vorgespielt, mal auf so selber für mich. Da können auch noch ein paar ganz lustige Sachen auf mich tun. Was für eine schöne Stadt. Wer möchte da nicht gerne leben? Welchen Darker? Der meint bestimmt, dass du da... Arschloch. Wird Zeit, dass ich mit Trevor spielen kann, denn dann kann ich jeden einfach mal so aus Langeweile abknallen, der mich anstupst. Ey, wer ist ein Profimotorradfahrer? Warte mal, das M ist doch blau, oder? Das ist doch heiß, doch, das ist doch... Achso, das stimmt, das heißt, das ist für Michael, oder? Bin ich jetzt hier ganz und sonst hingefahren? Okay, naja, okay, dann muss ich doch auf Michael wechseln, so wie es ausschaut. Dann wechseln wir doch auf Michael und, ähm, nein, online nicht. Habe ich das wieder mal falsch gemacht? Egal. Dann machen wir doch die Michael-Quest. Und dann schenken wir doch mal selber ein Whisky ein, oder? Warte, ob hat schon da ein Whisky gestanden? Mrs. Amanda mag sich selbst in allem sehen. Weit mal. Aber was mich wundert, der hat eine Haushälterin. Der hat einen Gärtner, einen Tennislehrer. In Weimwood eine fette Villa. Und hat 8000 Dollar einstecken. So, wo ist jetzt hier die Quest? Ich habe doch hier irgendwo eine Quest. Hat doch... Bin ich jetzt bescheuert? Habe ich nix außer von Lester? Job, wenn's so ist, dann machen wir die Lester-Quest, oder? Ich hab mir eigentlich eingebettet, dass ich da noch was hab. Wo sind meine ganzen Kran hin? Achso, da muss ich jetzt von innen rein, ne? Daddy home! Ist auch keine... Ist auch ein guter Mann. Schön, dass ich jetzt Ding hab. Keine Autos. Ja, was ist denn hier los? Habt ihr euch irgendwas verpasst? Äh... Wenn wir ein Smartphone mit Zetter haben, ungefähr... Sollten schon irgendwo Autos sein. Ah! Was? Zeig dir mal das eben an. So ne Schlampe. So, ich bin home. Brauche ich da jetzt mein Quest? Na, also. Geht doch. Geht doch. Was machst du? Ich habe dich lieb, Tony. Wie darfst du das Ding an mich? Stop mit den Emotionen. Du nicht liebst mich. Du liebst was ich. Du liebst mich. Du liebst mich. Du liebst mich. Du hast überhaupt einen Penis, oder? Das ist ein Maphrodus. Tricks auf der Sleeve, huh? Das ist das Ding. Ich bin nur ein nightclub-singer mit einem broken heart. Ich liebe dich, Tony. Guck mal. Du bist in den Händen. Du bist auf der Hände. Suck in den Hände. Guck. Dam. Jamie! Guck. 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 The fuck you doing? Nothing. Really? Cause I keep hearing them at for this, or cock that. Go away! What? Go watch your linear entertainment, go watch porn. Just go away. Shit. FUK YOU! What the fuck?! Disrespectful little asshole? I can't believe you did that! That's my TV! You don't talk to me like that! I can't believe you! Mom was right about you! You don't know any better and you can't help it, but you're an asshole! Yeah, well, why don't you do something, then? Besides, just stand there. Why don't you hit me? Is that what you want? To be hit by your son? Yeah! No! I just want you to do something! Besides, sit there, eating! Yeah, great. Thanks for the fucking guidance, Dad. It means a lot. Wait. I'm just trying to help you. Well, nothing says I love you, like smashing my fucking TV! Nothing at all! And I'm just kidding, Hartz-IV-TV and so. I'm sorry. I just wish we could do things together. What things? I don't know. Go for walks. Play ball. You know, I have bad glands. Bike ride, then. Bike ride. You want to go on a fucking bike ride? Fine. Fine. Let's go on a fucking bike ride. I'd have to buy a couple of gags, I'd have to say. Fuck me. A bike ride along the Spoochee beach? Okay, Dad, I've got just a thing to show you. Now is at least my car again. Now is at least my car again. All right, so. This day was going so well until you showed up. You know that? So, then let's go on a bike ride. Fuck you. And you're lucky to even be allowed out of the house. After that boat stunt. What's the big deal? If anything goes wrong, you can just fake your death and start all over. Jimmy. How am I meant to develop my own moral sensibilities, when yours are so unbelievably fucked paid? Is there somewhere on the way there? Is there somewhere on the way there? Okay. Let's go on a little bit. Don't push me. Seriously. Some guys borrow your... There is the light on the way there. That's a dream. Shit. Borrow. You were hiding in the head crying kidnap. They just took receipt of your property with payment pending. If it was anything other than what you told me, then that's on you. All right. They fucking stole it. And who knows what they would have done if they found me. But I didn't expect or want them to get killed. You think I'm going to let some guys write off with my son? Look, I knew you were a bad guy, but... Oh, a bad guy. A crook, a killer, a thief, a liar. I guess I've been all those things one time or another. Right? It's just... What? I always thought I was the good guy. God, help the morally bankrupt planet your generation have left us. If you're the good guy. Yeah. Anyway... I always knew you were the kind of person who didn't let other people get in the way, but I hadn't, like, seen that happen before. Yeah, well, that's me, Jim. And I've been trying my best to get things under control for the last 10 years, but that was an extreme fucking situation. And I had to act. A normal person wouldn't have done that. Yeah, well... I had to. To protect you. Yeah, keep telling yourself that. When you see their faces, every time you close your eyes. I don't need the money. Come, young, I'll show you something stupid. What a damn emoji. Ne, Panzerung brauche ich jetzt keine. Aber knade gescheite bräuchte ich. Oh, fuck you. Oh, fuck. You want that Republican Space Rangers? I love that show. MP. So, das passt. 2000 Schuss. Damit... ... ... ... ... ... ... ... Auf geht's zur Fahrradtour. ... Oh, man! Ich hau's nicht so mit dem Warten. Hier sind wir, der Bike-Rental-Place-Bike-Rental-Place. Please don't shoot the Bike-Rental-Guy out of, like, force of habit. Hey, you! Two bikes. Take your pick. Habe ich schon das hier möchte ich. Oh, so, ich muss vielleicht F-drücken, ich idiot. This one'll do. If I make it to the end of the pier first, you're gonna buy me a big-ass new flat screen. What's happening? What's happening? Oh, ich hab's up, Brad! Oh, ich hab's up, Brad! Into the pier? All right. Bury euch hier. Bury euch hier. Bury euch hier! Es ist nicht der Wünschung, James. Es ist der Böden der Böden, der geschieht. Ha-ha-ha-ha! Schösser. Weniger Schlaf hin, mehr erfahren vielleicht. Was ist eigentlich, wenn ich ihn gewinnen lasse? Aber ich weiß nicht! Ich bin zu spüren! Wenn ich wundere, bitte, dass der Schmerz vorbei ist! Das ist schrecklich! Lass dich, alter Mann! Komm schon, Jim! Entschuldigung! Imagine, ich bin ein großartiges Burger! To the end, all the way My body isn't meant to work like this, but I'm making it to beat you Don't give up even though you're losing You'll die first old man right after you buy the TV Come on Jim keep pushing My lungs are burning, but humiliating you makes it all worthwhile You make a few more miles Yeah You know this is real nice Bonding good times. Yeah, yeah, I'm giving it my best shot. Come on. We're having fun, right? You wouldn't know fun if it sat on your face. Ah, come on I mean, why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime because Tracy doesn't buy cars? She can't afford so that thugs break in our house Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV You don't talk about your sister that way. Well, I'm sorry, but it's true I mean according to her life invader page She's hanging out with producers and porno guys this afternoon. What are you talking about? Actually, it's all happening right out there What that boat that makes yours look like a refugee raft? You know the kind of boat the one that makes a young Impressionable girl drop her pants and spread her legs This is the reason you brought me here, isn't it? Fuck! Ah, dad, wait! Fuck! Ah, auf geht's. Schwimmen wir Retten wir Tracy Okay, let's see So, zeigen wir den Jungs mal, wie der böse Papa kommt. So, zeigen wir den Jungs mal, wie der Bedeutung. Ja, wir schreien sie. Sie schreien Porno hier. Sie schreien Porno all over town. Mom rented our house to them last summer. Das war's? Ja. Man, du hast eine Killer Padme. Ist das awesome? Let's go. Du denkst, ich würde es? Hey! 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 Shit, Daddy! Hey! Fuck, man! I like this! You're such a jerk! Fuck! Dad, you dumbass! These guys are serious! Yeah, well, so am I! I just wanted to see them in my fucking boat! Ugh, motherfuckers! Get on! Now! I'm about to get into my life! I'm about to get into my life! Goddammit! Go! OMG! They're coming! Go into that helmet! Alright, alright! Yeah! It's good! Yeah! Now my dad's shooting at you! Get the epic message! Oh my god! Did you just kill him? Maybe he's just injured! I'm gonna kill you now! Let's go! Ah! You killed him! Oh my god! This isn't happening! Take a deep breath, baby! It's okay! It's okay! I'm taking you back to your brother! It's okay! It's okay! I'm gonna kill you now! Well, I'm going to kill you now! Well, I'm going to kill you now! I have to kill you after! No, you're not! No, you're not! Then all of the... Well, I'm going to kill you now! Scheiße. Einmal. Da wackeln sich Titten. Der Meer. Mit meiner Haut. So, was? Du hattest ihn raus, um meinen Tag zu spüren? Ich wusste nicht, dass er dich kommen wird. Ich hab ihm nur gesagt, wo du bist. Er hat diesen verrückten Blick in seinen Augen, wie er manchmal gibt, und er hat einfach gehen. Ich kriege einen Kaff. Ich komme mit dir. Wie kann ich einfach nach Hause fahren? Du hast meine Leben verloren. Puppys kleines Mädchen. Das hört sich schon an, so wie ein Pornofil. Puppys kleines Mädchen. So. Was haben wir jetzt? Jetzt gehen wir erstmal zur... Ach du Scheiße, dieser Marsch der Welt. Ja, dann... Ach, da oben ist der Typ von Ding. Ja gut, dann machen wir auch mal die Nebenmission. Ist das doch schon mal was. Dann kann der sich hier gemütlich zum Auto bewegen hier. Von Trevor. Die Mission ist so zum Kotzen, das weiß ich jetzt schon. Aber egal. Wenn du ab und wie ein眼